Bruder, geh mal an dein Handy. Dich ruft jemand an. Digga, geh da an dein Handy. Hallo? Digga, geh doch mal an dein Handy, du Spass. Die Leute gucken schon. Was ist mit wie du Vogel? Soll ich mir jetzt hier entweder einen abschreien? Du Hund, geh ran! Hallo, hallo, abheben. Heb mal ab. Ja, dich meine, ich heb ab. Na los, ich will mit dir reden. Ja, du, abheben. Hallo, hallo, abheben. Was ist denn los mit dir? Ich stelle mir doch gerade vor, wie unglaublich dumm so ein Zebra sein muss, wenn es uns wirklich für Baumstämme hält. Na super, Cedric, jetzt hast du das verscheucht. Vielen Dank für nichts. Ich mache mir jetzt Spaghetti. Wie dumm muss man sein, oder, Josef?